So, hallo Leute! Und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Saints Row! Fuck, ich bin echt tot. Ja, wir sind jetzt an der letzten Mission und wir haben uns jetzt dafür erstmal entschlossen, Killbein zu töten. Genau, und dazu nehmen wir noch beide auf. Genau. Und ich bin echt tot. Ja, ich auch, ich fahr mich hier grade fest. I need a hero! Steig ein! Oh, dann lass dich überfahren. Ich bin echt da. Schnell! Los! Oh, fuck, diese blöden Pisser fahren mich hier die ganze Zeit fest. Das ist geil, ey. Und beide Parts werden nachher gesperrt wegen dem Lied. Ja, wahrscheinlich. Fuck, raus, 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 raus! Cool, sie steigt nicht aus bei mir, doch. Ich brenne nur ein bisschen. Ich höre mir kurz in der Kryptonite, ach ne, geht nicht. Ah, hier steht welcher. Hier, das kleine da. Das ist wenigstens schnell. Komm her! Go! Ich bin los. Wow! Ja, das ist mal los. Guck, raus! Da, 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 da... Boah! Ich sag das, das Spiel ist nicht mehr lange. Ja. Oh, verdumps. Oh, Alter, was wir... Das LP hat echt Spaß gemacht. Was wir für'n Autoverschleiß haben. So, 200 Meter noch. Stacked hat dicke Titten. Help, Angel, alles klar. Raus, 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 das Autobrett. Komm, steck da ein. Erstmal müssen wir Angel hier die Idioten vom Hals schaffen. So, zack, friss das, du Kleiner. Wir haben ihn zum Brennen gebracht, ja? So, sehr schön. Stop Kill Banes Airplane. Wo müssen wir denn hin? Angel fährt. Angel fährt, Tatsache. Das ist mal neu. Oh, wir haben genug. Geil, wir haben Raketenwerfer. Oh, unendlich Munition für den Raketenwerfer. Ist das geil. Oh, da kommt uns ein Auto da. Ja, geflogen. Ich mach hinter uns, okay? Alles klar, mach ich vorne. Das war hinter uns, Nils. Ja, Swain, vorne ist gerade nicht. Das ist selbst schuld. Oh, Double Kill. Wenn du sie vorne nicht erwischt, selbst schuld. Ich bin nicht ein Mortal, du weißt. Hat er doch. Aber er verbessert wir beide zusammen. Ja, allerdings. Sollen wir das Flugzeug abschießen? Oh, fuck me. Fick mich. Ja, da ist er. So here we are. Two Titans among men. Worshipped by mere mortals for bringing them blood and fire. This moment was an inevitability. So is me killing you. Ah, na, 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 na. That's not how this book is written. The science legacy ends here. Not with a bang, but with a whimper. Are you for real? It's over, Eddie. Eddie. In two weeks, no one's gonna remember your name. No one will remember me. You were a fucking clown. Selling energy drinks and lunchboxes. You didn't care about the crowd. Just the paycheck. And I changed that. Bullshit. Bullshit. What are my words? When these hands are crushing your throat. Your dying breath won't be an appeal to God. Or a message of love to your family. It'll be. Thank you, Kilbane. Man, I'm gonna enjoy shutting you up. Allein mit der Frau kann man das nicht an den Ernst nehmen. Ja. Lol, nicht. Hm, komisch. Und rechte Maus haste, Kopfstöße. Sein Ende ist er wird von einer Frau vermöbelt. Hm, schade, Kilbane. Es. Ja, das ist ein Grafikpack, glaube ich. Das sollte eigentlich eine Motorhaube sein. Ja. Oh, Schlag auf die Kehle. Unschön. Klick, 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 klick. Ja, das war's. Genick gebrochen. Und jetzt sagt er bestimmt noch irgendwas. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Warte. Oh, wie wir da sitzen. Oh. Hm. Tschüss, Shawny und Viola. Oh. Ähm. Und tschüss, große Kopferstatue. Das war die Statue of Liberty. Ja, fast. Hm. Hauptsache, wir haben Handy in der Hand. Schau an die. Kill that son of a bitch. Yeah. Was it worth it? Totally. Und sie sagt nichts. Du machst die Stimmung kaputt, weißt du das? Du bist richtig, Commander. Bring in die Daedalus. Die Daedalus? Ja, Leute. Und damit... Was ist das erste Ende? Wir zahlen natürlich das zweite auch noch. Ja, nee, nee, nee. Noch ist das nicht das komplette Ende. Es kommt noch eine ganz geile Szene am Ende, die man machen muss, kann. Echt? Ja. Und, ähm... Warte, ich hole uns ein Fahrzeug. Einmal kurz was gucken. Ja. Also, du guckst, ich hole das Fahrzeug, okay? Ja, ich hab schon geguckt. Da hinten sind Sexpuppen. Die hab ich schon. Ich nicht. Komm mal her. Ja, Junge. So, so. Äh, ja. Alles klar, unsere nächste Mission... Erstmal ruhig mal kurz Cash auf. Unsere nächste Mission heißt Stack-Film. Heißt... Das wirst du gleich sehen. Du bist dann ganz eben mit dem Ding der Helmfahrer, okay? Äh, aber du musst umdrehen. Nein, du musst nicht. Mein GPS hat es gerade ab. Das war auch ein Ding. Everything's all set. Cool. Oh, geil. Das ist halt Golf-Caddy oder sowas. Nein, das ist auch ein Flughafen-Ding. Das ist ein Gepäck tragen. Welcher Person... Aber meiner hat Nitro! Me? Oh, und... Oh, du... Pessere. Warte zumindest auf mich. Ich hab dir nur die Tür aufgebracht. Och, wieso krieg ich jetzt einen Stern? Das kann doch nicht eigentlich. Ja, weil wir die uns gesehen haben. Aber wir waren mit dem Ding dahin. Das muss jetzt sein. Das ist einfach so lächerlich. Ja. Oh, hör auf die Autobahn. Bevor wir jetzt das zweite Ende machen, machen wir auf jeden Fall noch einen Cut, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann lade ich den neuen Spielstand und so weiter. Ja, gut. Ich auch. Denn die Zuschauer wollen ja sicher auch noch wissen, was passiert, wenn wir Shandy und so weiter retten wollen. Ich will das nicht auch wissen. Ja. Aber schade, dass dieses LP jetzt schon zu Ende geht. Ja. Weil, ehrlich gesagt, kürzer als ich gedacht hatte. Jetzt lag es an mir. Na, kürzlich liegt die Bötze. Ja, Janik. Abonniert mein Channel! Jetzt ist es schon, Hauptsache, Hauptsache nochmal im Abonnementen-Bettel. Ja. Wie bist du noch durchgekommen, lol? Irgendwas schießt auf mich. Ich komme gar nicht hinterher. Super Duty! Ich komme jetzt auch dieses Update, ne? Wo ist denn der? Vehicle? Äh, ja, bei Vehicles muss das sein, das oberste. Ja, Skinny Triss. Ups! Oh, ich dachte, das war meine Schut. Oh, und Bier. Ja, Bier muss sein. Oh, sie haben überlebt. Da war Kinsey. Nein, John, die ist tot. Und das ist eine andere Reste. Shandy und Viola. Oh. Aber zumindest wissen wir, dass wir, woher Gat ist, ist. Er hat Freunde, die St. Peter etwas Hölle, hm? Ja, stimmt. Oh, scheiße. Oh, in den Augen, oder? What the fuck? Wie teuer ist das Ding, zu fliegen? Die wollen jetzt die komplette Stadt in die Luft jagen? Ich würde mal nicht sagen, dass sie es wollen. Sie tun es gerade. Haha, scheiße. Wir machen das kleine Spitze kaputt. Geht ein Helikopter. Fahre ja los. Ein hättestes Mann zusammen. Ach nee, gar nicht wahr. Geh ans Handy. Du Messstück. Geh ans Handy. Aber es ist Chaos hier. Wow. 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 Guck doch mal auf die Straße. Mach dich doch. Sein. Hey, unser Gebäude steht komischerweise noch. Ja. Und mit Vollcrash rein. Scheiße. Ich hoffe, du hast einen Plan. Wir verlieren Leute hier. Ähm, magst du? Was denn? Loll, das Ding backt hier. Naja, Wayne. Head house. Geh, der Helikopter. Ich brauch keinen Helikopter. Ich nehme mir das kleine Flugding. Welches Flugding? Das, was wir uns letztens verdient haben. Klingt wir nicht. Echt nicht? Nein. Stehen da nur Helikopter rum? Ja. Tatsache. Da du nicht in die Garage kommst. Oh, jetzt machen wir das Ding kaputt. Mir fällt auf. Wir haben gar keine Leute mit uns helfen können dabei. Ja. Oh, hau, hau, hau. Geil wäre auch gewesen, wenn die ganzen Gangs einem jetzt helfen würden. Nein. Warum? Tun sie nicht. Ne, wäre geil. Ja, das stimmt. Das wäre echt nice. Was, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Als K-Band ins Flugzeug eingestiegen ist, hat er eine Maske an. Als K-Band ausgestiegen ist, hat er keine mehr. Ja, stimmt. So, Kanonen kaputt machen. Ich stehe hier und tu die anderen, okay? Du kannst sie mit einer Rakete anbieten, das weißt du. Kaputt. Aber die Flugzeuge halten mehr aus als die Kanonen. Die eine Kanone hier wäre irgendwie nicht. Du kannst sie mit einer Rakete anbieten, das weißt du. Geht. Kaputt. Da oben fliegst du, oder? Ja. Da oben fliegst du, oder? Ja. Es gibt große Explosionen, um das zu verhören. Aber nur bemerkbar. Das Ding will ich gleich mal fliegen. Ich glaube nicht, dass wir das können. Warum? Oh Gott, ich werde gerade voll zerbombt. Klein zu, die Bombe. Geht mein Helikopter aus, da oben? And I got two words for ya. So good! Bitch. Anyone else? Ja? Hast du nicht gerade Lust, mir zu helfen? Ich bin auf dem Weg. Ich muss hier nur kurz einen Facebuster reinhauen. Oh Gott, ich bin gleich bei der Bombe. Not shot. Rettungsbombe ist dran. Und die nächste Bombe pflanzen, da drüben. Ich habe vorher sterb ich einmal. Oh ja. Hä, meine Lieben sind voll. Meine nicht. Lass mich hier zurück, Bruder. Schwester. Für mich ist und bleibst du ein Mann. Ich habe deinen Schwanz doch gesehen. Janik, das möchten die Zuschauer nicht wissen. Du willst nur nicht, dass die Zuschauer was erfahren. Ich werde hier fast runtergeflogen. Kann ich? Ja, man kann hier in die Fahrzeuge rein. Dann gib mir mal eine Deckung. Ach so, du bist schon da. Ja. Voll gut. Ich meine, two words for ya. What the fuck? Fly to Viola. Nein, Fly to Rear Deck steht an Video. Ja, ich habe immer von Viola gehört. Ach so, das ist voll Viola. Wie kommt man denn darauf? Das ist wahrscheinlich fliegen. Ob, hast du Flügel? Nein, aber hier steht ganz viele Dinger, um die Flügel haben. Oh. So was ungefähr? Schau an diese fucking thing. Deine Tax-Dollar ist nicht in der Arbeit. Oh, nicht meine persönlich, weil ich sie nicht paye, aber vielleicht sollte ich anfangen. Wenn das überhört, ich habe die Flügel. Ein paar Jahre, schau mir an. Ich liebe dich. What the fuck? Nein, du fällst gerade. Ja, da unten lieg ich. Kannst du mich reviven, schaffst du das? Ja. La 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 la. Das war mein Flugzeug. Danke. Jetzt haben wir ein Problem. Da muss man doch irgendwie hochkommen. Ich habe schon eine Ahnung. Meinst du hier hochlaufen? Mir klappt nicht. Oh doch. Bin ich gut? Bin ich gut? Aus so Weise, komm schon, gib zu. Ja. Geht weg. So, ich geh jetzt einfach mal. Ach, scheiße, da kommt noch nicht hoch. Bin schon da. So. Warte, eine müssen wir noch. Da unten. Ja. Oh. Fuck. Nein. Was war das denn? Ich bin ganz ehrlich, fast gestorben. Ich bin ganz ehrlich, fast gestorben. Ich bin ganz ehrlich, fast gestorben. Oh, aber meine Pistolen machen ganz schön gut schaden. Die Piste ist... Wow. Die Piste ist mal gut... Boah, kann ich sein, ist beschissen. Warte mal, hier liegen irgendwelche Dinger. Ja, da liegen Raketenwerfer, Bitch. Und, ähm... Nee, gar nicht, Minigans. Cool. Die reichen. Komm her, wo ist er? Wo ist er? Down. Kommt. Oh, man trifft ihn auch so gut wie gar nicht. Von hier hinten nicht. Okay. Ich würde sagen, das ist der Endfight, oder? Ja, kommt es ziemlich gut hin. Fuck the police, ACAB. Irgendwas ist damit im Raketenwerfer. Not Shots, 20 von 25. So, warte. Jetzt, ich spiel auf die 100%. Gleich kommt. Was? Gleich kommt Cyrus da wieder hoch. Da kommt er. Fuck, ich muss nachleihen. Ich treffe ihn, ich treffe ihn, ich treffe ihn. Ja, wer mich, wer mich, wer mich. So gut wie. Nee, hier kommt mir nicht mehr Schaden mehr. Scheiße. Du musst doch gleich gehen. Nee, muss einfach wiederkommen. Irgendwas schießt hier wieder. Ja, da hinten die Typen. Und da die Typen. Ja, die Typen, die Typen, die Typen. Ich mag den, der elektrisch auch, oder wie ist es denn? Achtung, dickes Flugzeug. So, war ein dickes Flugzeug, da kommt er wieder. Ja. Ja. So, komm her, du kleine Schlau. Und drauf. Ja. Das war's. Tschüss. Ja. Escape. Runterspringen? Äh. Ach nee, schade. Wieso kann ich das Ding nicht wegwerfen? Äh, nimm mal Maus dann einfach. Ja. Nicht nur den. Warte, warte. Ooooooh. Ich brauch noch ein kleines Besieren. Boah, sieh zu, Alter. Oh, fuck. Puh. Ich bin unten. Und Switch Mode. Und jetzt geht das Ding jetzt wahrscheinlich in die Luft. Nein, wir haben sonst die Bomben geplant. Echt, meinst du? Ja. Ach, du Schein. Oh, Gott. Och, du Kacke. Ui, das Gebäudesplatz. Kenzie, run of everything we can find. We're going on a fair trip. Even in a place that is no stranger to violence. Today's assault on the city stands as the blackest time in Stilport's sordidhistory. While the government has yet to comment on the attack, we have a report. No one runs, no one gets shot, understand? Sorry. Halt mal. All set. Lol. Oh, ist das herrlich. Ich kriege eine Message von Monica Hughes und ihrer Stooges. Dear Bitch. Stilport ist unter neuen Management und wir haben keine Antwort auf. Es ist eine foreign Sache. Ist das herrlich. Und du gehst nach Hause in einer fucking Box. Zurück zu dir. Nicht schlecht. Du könntest ein Wettermann oder ein bisschen schade sein. Ich habe es vielleicht ein bisschen schade gemacht. Dankeschön. 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 Die Musik. Ja. Ja, Leute. Ja, Leute. So, die müssen wir uns jetzt nicht angucken. Genau, das war nämlich nur das erste Ende von Saints Row the Third. Und deswegen werden wir uns gleich in der nächsten Aufnahme wiedersehen, wenn wir Shondi und, wie hieß die andere, Viola retten und das andere Ende sehen. Outfit Toilet. Ja. Und deswegen, bis gleich, Leute. Tschüss. Untertitelung zuいる